Hallo liebe Trader Kollegen, die Augen an den Weltbörsen sind vorbei, die Droge Geld wirkt aktuell nicht mehr und der DAX macht das, was wir hier als Investoren schon seit längerer Zeit gesehen, gespürt haben. Die Wirtschaft ist seit längerer Zeit nicht mehr, vor allem hier in Deutschland, nicht mehr auf dem vollen Dampfer, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben hier rückläufige Beschäftigung, die Arbeitslosenzahlen steigen 5,3% und die Unternehmen haben hier auch in Deutschland seit 2011 den höchsten Kurzarbeiterstand mit rund 24.000 Betrieben. Wir schauen uns in diesem Video an den DAX, die 15.000 habe ich noch nicht gestrichen, nur der Zeitkorridor ist jetzt doch eine andere Annahme, einen anderen Weg, den der DAX einschlagen könnte. Wir sind April 21 nach hinten raus, also von 12.20 auf April 21. und auch schauen wir uns noch Aktien an, besonders die Allianz, die in der Wolfewelle Short drin war, die ich gesehen habe, aber leider vergessen habe zu handeln in den Unruhen der letzten Tage, weil der DAX hat ja hier 15% nachgegeben. Also, die Aktien schauen wir uns an, den DAX bis gleich. Wir gehen hier jetzt in die Chart-Technik hinein, vom DAX speziell. Und hier geht es darum, sich die Frage zu stellen, wo und wann haben wir unser Tief. Wenn wir uns das Jahr 2018 anschauen, sehen wir, dass das doch auch noch eine Etage tiefer gehen kann, bis in den Bereich von 10.566. Es kann eine leichte Korrektur nach oben geben und der Markt kann hier dann weiter nach unten durchlaufen, was durchaus möglich und auch durchaus wahrscheinlich ist. Andererseits suche ich als Chart-Techniker ja immer Punkte, an denen eventuell eine Stabilisierung stattfinden könnte oder ein Umkehrsignal. Wir haben hier jetzt den Bereich eines 61er Fibonacci. Der rührt daher von diesem Tief vom 19.12.2018, das ganze Jahr über ist ja der Markt gestiegen, bis in das Hoch. Jetzt im Februar 2020 kommt das Korrekturlevel aus dieser Gesamtbewegung auf das 61er Fibonacci. Und das liegt hier im Xetra, eine Kerze, ein Tag, bei 11.635. Und dieser Bereich und ganz speziell jetzt auch dieser Bereich, wenn man hier auf die linke Seite des Charts schaut, das Tief vom August 2017, vom März 2017. Und dieser Bereich könnte auch hier dieses Jahr oder jetzt im Moment eine Unterstützung werden. Ich für meinen Teil warte hier auf Tagesbasis, bis ich ein ganz klares Signal kriege. Auch wenn der Markt jetzt hier nach oben den Anschein macht, dass er mir vielleicht davonläuft, werde ich ihm zuschauen und erst einmal auf mein Umkehr warten. Das bedeutet für mich, dass ich mindestens nur einen Tag steigen warten muss, einen Tag Korrektur. Und dann ab heute am Mittwoch vielleicht erst hier ein Einstiegsszenario frühestens im Tags-auf-Tagesbasis bekomme. Was natürlich Intraday passiert, ist eine ganz andere Geschichte auf unteren Zeitebenen. Aber das will ich hier jetzt so in diesem Chart nicht bearbeiten. So, wie komme ich auf die 15.000, dass die für mich gesetzt sind? Nach wie vor, für mich war immer nur die Frage, welcher Weg nimmt der Tags? Geht er hier direkt weiter, leicht die Korrektur und steigt. Allen Anschein mit diesem Ausbruch hier oben hat er diesen Gedanken weiter genähert, dass er hier bis zum 12.20, also Dezember 2020 dieses Jahres hier oben ankommen könnte. Letztendlich hat er sich jetzt doch entschieden, als Umweg hier neue Tiefs auszuarbeiten. Und dieser Bereich hier, die 11.635 und noch ein bisschen tiefer würde ich ihm noch geben, die 11.430, dieser Bereich, den werde ich hier jetzt mit einer Ellipse markieren. Ich kann jetzt auch ein bisschen so rüberziehen, der wird wichtig. Der wird deshalb wichtig, weil aus einer A, B, C, Dekonstruktion hier noch der Zielbereich von 15.000 möglich ist. Je tiefer dieser Tags jetzt hier läuft, umso weiter werden diese 15.000 entfernt. Und dann werde ich auch meine Jahresprognose umschreiben müssen. Die war ja bisher, dass wir diesen Bereich bis Ende Jahr 15.000 erreichen können. Sehr wahrscheinlich aus meiner Sichtweise. Sie ist immer noch sehr wahrscheinlich. Aber hier ist einfach jetzt die Schlüsselstelle, um dieses Long-Szenario für das Jahr 2020 aufrechterhalten zu können. Oder zumindest nochmal diesen Zielbereich von 15.000. Wir haben hier ja auch dieses Szenario dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ich zeichne es nochmal schnell rein hier. Vom Tief- zur Nackenlinie abprojizieren. Hier der Ausbruch. Und auch hier kommen wir in den Bereich bei einer 100%-Ausdehnung in den Genuss der 15.000 Punkte. Und wie gesagt, der Fokus liegt jetzt hier. Definitiv. Der Fokus in der Chart-Technik muss hier liegen. Und je tiefer der Markt hier jetzt fällt, umso unwahrscheinlicher werden diese Ziele auf der Oberseite. Bis Ende Jahr oder zumindest mal bis in Mai 2021. Wir sind hier, was die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation angeht, in der verflixten 4. Und diese verflixte 4 ist nicht eindämmbar oder nicht einfangbar, nenne ich es einmal so. Also, ich habe es euch im letzten Video erzählt, die Longhändler, die hier alle Long gegangen sind und hier in der Party dabei waren, in dieser Orgie, die wollen hier raus. Und jetzt müsst ihr auf folgendes aufpassen. Der Markt, der kann jetzt wohl nach oben durchgehen. Aber, das kann sein, dass der eine oder andere aus dieser Long-Orgie, der vielleicht sogar hier im Minus ist, diesen Anstieg nutzt, um seine Long-Positionen wieder massiv zu verkaufen. Was natürlich wieder eine Bewegung zur Unterseite hin befeuern würde. Und dann kommen wieder die anderen dazu, wo sich da oben dann wieder, ich sage es jetzt einmal auf Schwäbisch, die sagen, Mensch, scheiße, warum bin ich denn da oben nicht raus. Die springen dann hier wieder raus und könnten dann den Markt weiter nach unten treiben. Also, hier ist charttechnisch noch nichts passiert. Lediglich, wir haben hier ein großes Korrektur, ein sehr schnelles Korrektur-Level. Wir sind noch nicht unter die 12.276 gefallen. Deshalb ist aus dieser Beschauung hier tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, wir hier im Korrektur-Level aus der Gesamtbewegung das Potenzial zur Oberseite hin nach wie vor 15.000 gegeben. So, das ist das ganz große Bild. Hätte ich jetzt auch im Wochenchart zeigen können. Und den machen wir jetzt doch einmal schnell auf den Wochenchart. So, der Wochenchart, da sind auch diese Marken drin. Ein bisschen tiefer. Augenblick, die habe ich noch nicht angepasst. So, jetzt sind sie angepasst. Also, hier liegen wir bei dem Bereich bei 11.644 auf Wochenbasis. Also, hier diese sehr schöne lange rote Kerze, die auch genau jetzt momentan ihren Schlusskurs auf der MA200 hatte. So, das gilt zu beobachten. Und da besteht dann immer noch die Möglichkeit, hier diesen Jahres... Wo bin ich jetzt wieder reingerutscht? Augenblick. So, diesen Jahresfahrplan hier zur Oberseite hin noch so abzulaufen. Letztendlich natürlich jetzt mit einem anderen Weg. So, wir gehen hier jetzt rein in die üblichen Verdächtigen. Und da bin ich ein bisschen überrascht über die Bewegung von Gold. Gold ist hier um von 1.644 Dollar bis auf 1.562 Dollar im Tief aus dem Nichts gefallen. Was war hier der Auslöser? Ich weiß es nicht. Warum, wieso, weshalb. Aber, das könnte hier schon einmal ein Fingerzeig sein, dass wir hier eventuell in den Börsen, in den Indizes ein Tief gesehen haben. Fallender Goldpreis, auch in dieser Form, in dieser Stärke, ist positiv zu deuten für den DAX. Wir haben auch das Währungspaar US-Dollar, das jetzt nach wie vor weiterhin massiv gestiegen ist, aber in einen Widerstandsbereich im Bereich von 1,105. So, hier gilt es zu beobachten, ob wir in der kommenden Woche hier weitersteigen oder nach unten abdrehen. Sollte das der Fall sein, wäre hier gepaart mit dem Gold. 2 zu 0 für die Bullen. Das WTI-Öl hat hier auf diesem Unterstützungsbereich aufgeschlagen bei 43,72. Das ist das ehemalige 61er Fibonacci aus dieser Gesamtbewegung. Also, vielleicht bauen wir hier sogar im WTI-Öl auf diesem Unterstützungsbereich einen Doppelboden aus. Und sollte das WTI-Öl steigen, ich sehe diese Bewegung als negativ. Dann muss ich ja logischerweise den Anstieg des WTI-Öls als positiv deuten in der Jetzt-Beschauung. Normalerweise ist ein ansteigendes WTI-Öl kontraproduktiv für den DAX. Aber hier in dieser Situation behaupte ich ganz fest, das ist ein strukturelles Problem. Industriell keine Nachfrage. Und deshalb, wenn der Ölpreis steigen würde, wäre Nachfrage von der Industrie. Was jetzt im ersten Moment noch wieder positiv wäre, würde der Ölpreis natürlich wieder vorne liefen gehen. Auf der Oberseite wäre es dann wieder negativ zu deuten. Dort gibt es einfach solche Schaltstellen, wo man dann das Ding einfach ein bisschen anders deuten muss, wie man es klassisch deutet. So, und hier kommen wir zum VDAX New. Leute, den institutionellen geht der Arsch auf Grundeis. Also, dieser Indikator spricht eigentlich ganz klar dafür. Er ist jetzt am Hoch, wenn wir hier mal rüberschauen auf die linke Seite des Charts. Wir waren 2016 auf diesem Level, 2018 auf diesem Level und 2015 auf diesem Level. Nach diesem 2015er Level hat der Markt hier noch, schauen wir mal, 21.8. bis zum 25.9. Und einen Monat gebraucht aus, wo er dann aus dem Doppelboden nach oben gestiegen ist, aber nicht mehr in die alten Gefilde. Schauen wir mal hier hin, was da passiert ist. Er hat auch hier das zweite Standbein gebaut. Und auf das warte ich, auf sowas. Ein Tief, es läuft hoch, er darf dann gerne noch einmal zurückkommen. Und auch hier genau das gleiche Szenario. Wir schauen die nächste Spitze an, wie es hier abgegangen ist. Hier hat er einen Tief gemacht. Und in der darauffolgenden Bewegung, Zeitspanne, einen Monat später noch einmal einen Tief. Und noch einmal knapp einen Monat später noch einmal ein neues Tief ausgearbeitet. Also wir sehen, dreimal hatten wir, nehmen wir mal noch dieses Szenario, da ist er auch ziemlich hoch. Wir hier am Februar 2016 ein Tief, ein Hochlauf und dann dieser Rücklauf. So, deshalb, es kann gut sein, dass wir hier das Tief jetzt gewunden haben im DAX. Dass wir hier eine Bewegung nach oben sehen, aber ihr habt gerade gesehen, eine V-Erholung. Dass der hier jetzt Strong Long wieder die 2000 Punkte rausnimmt aus dem Markt, zur Oberseite, ist recht unwahrscheinlich. Aus meiner Sichtweise, meiner Perspektive. Deshalb warten, ob er hier das zweite Standbein baut. Und wie gesagt, ich brauche hier mindestens drei Tage, weil hier ist das Tief, die Eins. Da kommt jetzt vielleicht den zweiten Tag hoch. Und am dritten Tag, also quasi der Montag wäre der zweite Tag, Dienstag der dritte Tag. Also könnte ich aller frühestens ab Mittwoch hier meine Long Aktivitäten starten. Wenn er natürlich sowas macht wie hier. Das dauert dann auch wieder August 19 bis, ja das hat 14, 18 Tage gedauert. Bei dieser bisschen höheren Spitze. Sucht euch einfach solche Referenzvergleichsbereiche. Auch hier ein bisschen höhere Spitze. Und überall macht er diesen Rücksetzer noch, wo man dann getrost einsteigen kann. Wisst ihr, jetzt meiner Meinung nach hier einzusteigen oder schon am Freitag einzusteigen zu gewesen. Also ich habe euch ja ganz klar gesagt, Freitag ist für mich jetzt nicht der Tag, wo ich einsteige übers Wochenende. Weil das wird uns die eine oder andere Hiobsbotschaft noch einholen. Und wenn wir Pech haben, dann kommt der Tags hier ohne Wenn und Aber vielleicht irgendwo bei 11.100 in den Markt rein am Montag. Wer weiß, wir wissen es nicht. Deshalb lieber immer dann handeln, wenn man hier dann auch reaktionsfähig ist. Also hier wäre dann prädestiniert eher der Montag, Dienstag, Mittwoch. Weil dann hat man immer noch eine ganze Woche Zeit, um hier zu reagieren oder dagegen zu steuern. So meine Ansicht, Freitag ist immer ein sehr schlechter Tag. Weil da sitzt du dann drin und siehst die Wochenendindizes, wie sie dann doch noch letztendlich tiefer oder höher steigen. Je nachdem. Also, da habe ich euch das jetzt erklärt, wie ich die Sache sehe. Wir haben hier wirklich die Kacken voll ab. Die Institutionellen, die haben wahrscheinlich auch eine braune Bremsspur in der Hose drin. Weil sie laut Statistik, was ich gelesen habe, haben sie teilweise die ganz großen nur 4% Cash. Also sind sie voll investiert und haben eigentlich jetzt in dieser tiefen Marktlage gar keine Kohle, um hier nachzufassen. Das sehe ich als Problem. Dann muss man immer noch aufpassen. Also die Longhandler, die hier diese Party mitgemacht haben und diese Party hier mitgemacht haben, die könnten dann so in einem kleinen Rücklauf ihre Position alle über Bord werfen, um dann zu sagen, Mensch, Gott sei Dank, wir sind hier rausgekommen aus diesem Markt. Das sind jetzt nur Vermutungen, hat jetzt aber auch nichts mit der Chart-Technik zu tun. Also dieser Indikator spricht für nochmals sehr hohe Volatilität, mal gleich zu Beginn der Woche und normalerweise für tiefe Kurse. Aber die anderen drei Indikatoren, wenn man sie denn deutet und sie ungefähr in die Richtung gehen, wo man sie jetzt einschätzt, sind positiv für den DAX. Und deshalb steht es hier aus diesem Blickwinkel 3 zu 1 für die Bullen. So, und dann, jetzt habe ich was, ja, okay, da sind wir ja, jetzt gehen wir hier rein, noch einmal eine Stunde, eine Kerze in den Xetra. Auch hier haben wir diesen Bereich, diese 11.000, hier ist ein bisschen, 11.544, der würde hier denn auch mit diesem Bereich dann passen, in etwa, ich habe da noch einen Rücksetzer, eine Unterstützung, eine Umkehrsignalwarten auf unteren Zeitebenen. Aktuell haben wir hier im Xetra eine 1, eine 2, hier die 3 und da hätte man hier mit Börsenschluss 17 Uhr, Kerze, hier noch long einsteigen können, was ich ja nicht mache. Wenn wir hier jetzt aber reingehen in die langen und schwarzen Indikationen, die bis nachts um 22 Uhr läuft, haben wir hier eigentlich schon fast einen Doppelboden, eine 1, eine 2, hier eine 3. Also, es ist hier momentan eher momentane Seitwärtsbewegung und ich, ich warte. Was ganz klar war, nach diesem Bruch zur Unterseite hin, wird es schmutzig, es wurde hier richtig schmutzig und dieser Bereich 11.644, also 11.640 bis 11.650. In dieser Volatilität muss ich aber auch ganz klar eingestehen, 50 Punkte rum oder rum spielen hier momentan keine Rolle. Der Markt wird hier sein Tief eventuell austesten. Die nächste wichtigste Schaltstelle liegt hier bei 11.264, von der gehe ich jetzt, zum jetzigen Moment, nicht aus, was die Indikatorenlage hergibt. So, wir gehen hier jetzt noch schnell anderswo rein, in den Kupferschaum und sagen, das Kupfer, ja, nichts groß passiert diese Woche mehr. Was viel Bewegung war in den Währungspaaren, der US-Dollar, der japanische Yen, ist durch diese Unterstützung regelrecht nach unten durchgerauscht. Es war zu keinem Zeitpunkt ein Long Trade möglich, wo man hier denn hätte falsch einsteigen können, das hier war die Unterseite des Unterstützungs, aber wir haben hier eine ganz klare Abwärtsbewegung, würde man diese Kerzen alle zusammenschieben, wäre von hier oben bis hier unten eine rote Kerze, keinerlei Umkehrsignale, nichts. Das Währungspaar Euro, japanische Yen, auch Bewegung drinnen, wäre der Euro-britische Pfund. Der hat letztendlich diese Wolfewelle Long nach oben gespielt, ist genau in den Zielbereich gelaufen, hat hier, ja, hier hat er mich ein bisschen, ich sage es mal, gefickt, weil ich bin eigentlich so davon ausgegangen, so und dann hier hoch, dann vielleicht erst ein Rücksetzer, ja, letztendlich hat er hier einen Rücksetzer gemacht, die Long-Händler wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen rausgenommen und dann ist dieses Währungspaar Strong Long zur Oberseite und hat diesen TP, dieser Wolfewelle Long, angelaufen. Der US-Dollar, chinesische Yuan, ja, nichts groß passiert und dann schauen wir uns noch den Euro-Schweizer Franken an und dann gehen wir hier rein in Aktien. So, auch hier war sehr viel Volatilität drin in einer Kerze, ein neues Tief, auch hier muss gewartet werden. So, wir schauen zuerst einmal die Allianz Arena. Hier die Aktie Allianz Arena, sie ist jetzt für mich noch kein Kauf, ich bin momentan eher auf US-Aktien fokussiert. So, die Allianz Arena hat hier eine, nicht die Allianz Arena, die Allianz SE, die Versicherung, hat hier eine wunderschöne Wolfewelle abgearbeitet. In erster Linie haben wir hier eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, linke Schulter-Kopf, rechte Schulter, hier die Nackenlinie. Hier wurden 80% abgearbeitet, was laut Bulkovski in seinem Buch steht, könnt ihr es selber nachlesen. Sehr oft waren aber auch 100% abgearbeitet und in diesem Ausbruch dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation zur Oberseite hin, hat sich dann eine Wolfewelle Short ausgebildet, die ich noch gesehen habe. Ich habe leider keinen Alarm gesetzt, die wäre wunderschön gelaufen. Und wir haben hier die 1, ein markantes Hoch, ein markantes Tief, die 3, hier die 4, die 5 und dann ist sie wirklich Strong, Short nach unten durchgerauscht. Ist jetzt auf einem Unterstützungsbereich bei rund 194 Euro. Ja, ich sie in Kauf. Also momentan ist es so, Allianz, wenn ein Versicherer dann nur Allianz, weil sie ein Drittversicherer ist teilweise. Und hier von der gesamten Situation profitiert. Ich überlege es mir mal, ich muss mir die Dividendenrendite noch anschauen, ob sie in mein Universum passt. So, hier kommen wir zur Unilever. Bei der Unilever, dort kamen ja hier Quartalszahlen, die waren ja nicht sehr gut, dadurch ist die Aktie dann eingebrochen. Dann ist sie wieder massiv gestiegen, wenn man das so bezeichnen darf. Ich habe mich geärgert, weil ich sie dann hier doch nicht gekauft hatte. Letztendlich bekomme ich hier jetzt noch eine bessere Chance. Sie ist von der Dividendenrendite nicht unbedingt sehr attraktiv. Ich habe hier mal noch einen Kursalarm gesetzt bei 45. Also die Unilever wäre auch ein Kandidat in ein Langfristdepot für Dividendenstrategie. Und ja, ich beobachte sie und werde mir, ich denke dieses Mal, nicht den Fehler machen, zu lange zu warten, um hier dann nicht dabei zu sein. Wir liegen hier, glaube ich, bei knapp 3,4% Dividendenrendite. Also Unilever. Hier kommen wir zur Aktie 3M, ein Unternehmen, Industriekonglomerat von den USA. Also hier sehr viele Produkte, vor allem momentan die Mundschutzmasken, werden auch von diesem Unternehmen unter anderem produziert. Also die war ja hier drin in einer Wolfewelle Short, hat hier jetzt auch dann die Wolfewelle Short abgearbeitet zur Unterseite. Was hier aber ganz auffällig ist an der 3M, in dieser Marktphase, wo der Dow Jones, der DAX, der S&P massiv gefallen sind, ist 3M nicht mehr weiter gefallen. Also hier ist alles schon reingepreist. Man kann davon ausgehen, meine Einschätzung nach, sollte hier jetzt der Gesamtmarkt wieder steigen, dann wird meiner Ansicht nach 3M einer der, oder könnte einer der Profiteure sein. Weil hier ist von der Gesamtmarktlage zur Unterseite nichts abgetragen worden. Also ist diese Aktie sehr stabil. Da sind keine mehr da, die verkaufen, eventuell sich eher auf die Lauer legen, um sie zu kaufen. Und wenn man hier so eine Trendlinie zieht, sind wir hier auch noch unten. Wir hatten ja hier die Wolfewelle Long, die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 und dann war ja hier die Nackenlinie, sie ist ja nicht ganz angelaufen worden. Und hier heißt es jetzt zu warten, das könnte hier dann eventuell die linke Schulter werden. Hier der Kopf nochmal hoch und dann vielleicht aus der rechten Schulter heraus dann diese Aktie zu handeln. Nächste Aktie ist die Johnson & Johnson. Die Johnson & Johnson ist auch massiv abgebrochen, zur Unterseite hin, wie die Gesamtmärkte. Dieses Mal aber nicht, weil Asbest im Babypuder drin war, sondern weil es einfach die Märkte hergegeben haben. Johnson & Johnson für mich auch einer derjenigen, in die man einsteigen könnte, hier in diesem Bereich bei rund 130, 132. Ich will diese Aktien übrigens, die ich alle gerade genannt habe, gehebelt handeln. Also ich würde hier Hebelprodukte verwenden und die Gewinne dann in die Aktie selbst investieren. So mal mein Plan oder die Gesamtgewinne aus allen 5 Aktien, wo ich hier Long handele, zumindest mal in eine zu investieren, um hier dann langfristig von den Dividenden profitieren zu können. Johnson & Johnson, natürlich auch ein guter Dividendenzahler. Langjähriger, ist hier im Pharma-Sektor unterwegs und woanders auch noch natürlich. Also hier, guter Unterstützungsbereich. Hier, 1130 Euro. Und jetzt kommen wir dann zu der letzten Aktie. Das wäre die Royal Dutch Shell. Ein Tankstellenbetreiber, ein Öl-Multi-Shell-Tankstellen zum Beispiel gehören hier dazu. Ist hier auf die 19,92 gefallen oder steht hier aktuell unter das 61er Fibonacci bei 22,16. Für mich ein sicherer Dividendenzahler, wo wir hier momentan bei knapp circa 8% Dividendenrendite liegen. Also das heißt, ihr kauft diese Aktie für 1.000 Euro und bekommt dann im Jahr 80 Euro. Da wäre mal zumindest eine Tankfüllung gesichert. Wenn ihr natürlich 10.000 Euro investiert, dann habt ihr 800 Euro in etwa. Steuerfrei, versteht sich ja. Also, das hier für mich jetzt in diesem Bereich logische Konsequenz einkauft. Weil 16,40, ich gehe davon aus, dass der Ölpreis jetzt wieder steigen wird. Und dann wird auch hier im Umkehrschluss hier die Aktie Royal Dutch Shell wieder um einige Punkte nach oben gehen. So, das war es jetzt hier zu diesem Video. Ich hoffe, die Aktientipps, alle wollen ja nur Aktientipps, weiß ja nicht, haben euch ein bisschen inspiriert. Sie sollen ja nur eine Inspiration sein. Man soll hier gewisse Dinge ja nicht nachhandeln. Ansonsten, wie gesagt, bei mir im Depot, da hat es richtig gerumpelt. Und da war jeden Tag rot. Wie fühle ich mich dabei? Es ist halt so. Ich fühle mich gut, wenn ich Gewinne mache. Das ist ja wohl die logische Konsequenz. Und ich fühle mich nicht so gut, wenn ich sehe, dass meine Aktien immer tiefer fallen. Natürlich muss ich mich ja hier in dieser Gesellschaft auch rechtfertigen, warum hier jetzt so und so viel Geld plötzlich nur noch so und so viel Geld ist. Ich sehe das ja dann täglich. Und ich sehe das ja täglich dann hier an meinem Kontostand. So, heute jetzt noch eine kleine Geschichte zum Schluss. Autobahn morgens um zwischen 6 und 8 Uhr. Lindau, München. Samstagmorgen, Sonntagmorgen immer eine schöne Rennstrecke, weil dort doch recht relativ wenig verkehrt ist. Samstagmorgen auch wenig LKWs unterwegs. Ich heute mit meinem 300 PS gefährt, 220, 230, die Autobahn. Absolut freie Strecke, hier runter gebrettert. Ja, wirklich 10 Minuten, nicht mehr den Fuß vom Gas. Also hier ist keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Und plötzlich sehe ich Rücklichter in meinem Rückspiegel. Dann bin ich mal rechts ran gefahren. Halt auf die rechte Spur bei 220. Fährt ein R8 Spider GT, vermute ich einmal, V10, neben mich hin. Bei 220, blickt drüber, drückt hier irgendeinen Knopf, wahrscheinlich einen Auspuffklappenöffner und schaltet bei 220 einen Gang runter. Leute, da kribbelt es unter der Haut. Da stehen dir die Haare. Okay, das war geil, wie wenn ein Formel 1 Wagen neben dir beschleunigt und dieses Auto hat über 600 PS. Das war dann wie, ich habe so schnell, das ist wie wenn einer von 0 auf 100 mit 300 PS beschleunigt und das beschleunigt der noch einmal. Der hatte keine Abriegelung drin, denke ich, weil sonst hätte er gar nicht so, der war, glaube ich, schon vorne lief und dann bei irgendwo 300 kmh, wenn ich 220 fahre und der hier noch eine Beschleunigung hat, das uns gerade noch in den Sitz reindrückt. Brutal, also das war heute, das war heute mein Highlight. In diesem Sinne, ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.